Und zwar geht es heute um die beliebtesten Booster Displays, die wir hier haben, was sich preislich getan hat. Wir vergleichen es dann in dem nächsten Video, was sich bei Verkaufszahlen und aber auch beim Preis getan hat. Jumpstart haben wir hier ganz oben. Ihr wisst, wenn wir mehrmals klicken, wird sich diese Ansicht natürlich verändern. Wir sehen hier 568 Stück und zwar das bei 85 Euro. Ja, läuft recht seitwärts. Ja, der Preis ist wirklich tatsächlich nicht viel getan. Das nächste, was wir haben, Commander Legends Draft Display. Die sind ein bisschen teurer natürlich. Wenn wir reinschauen, sehen wir sie hier. Bei 140 Euro noch Versand dazu. Ja, so 145, 146 Euro. Auch das läuft seitwärts. Verfügbarkeit hier natürlich ein bisschen geringer. 294. Also wirklich ein sehr beliebtes Produkt. Da sehe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann Innistrad Mitternachtsjagd Draft Display. Warum ist das so weit oben? Es ist eines der letzten Draft Displays, die wir wirklich günstig bekommen können. Und das seht ihr hier. Da gibt es sogar ein paar Deutsche für 70 Euro noch und Versand drauf 75 Euro für ein Draft Display. Davon haben wir noch vor ein paar Monaten geträumt, dass wir so günstige Draft Displays finden. Aber das wird irgendwann zu Ende gehen. Auch Rudy ist dieser Überzeugung. Ich habe ein Video dazu gemacht. Gerne kannst du dir das mal anschauen. Der investiert wirklich da extrem in diese Produkte. Klar, für diesen Preis. Es könnte wirklich in ein paar Monaten oder in einem Jahr hier ganz anders aussehen. Und du findest dann wirklich Draft Displays nur noch um die 100 Euro. Wer weiß. Ja, und dann hast du natürlich hier ein bisschen Gewinn gemacht. Oder wenn du natürlich damit spielen willst, kann sich das auch lohnen, so etwas zu kaufen. Dann haben wir hier die Commander Legends. Ja, wirklich Commander Legends. Es ist Dungeons & Dragons. Das hat mit Commander wirklich wenig zu tun. Ja, sehen wir hier wirklich tolle Preise. Ich werde es hier noch umswitchen auf Deutschland und Sprache Deutsch-Englisch. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich immer einstellen. Jetzt schauen wir mal hier. Dann sind wir hier bei 100 Euro für ein Draft Display. Also die haben sich wirklich schön gemacht. Der Chart, ja, der läuft jetzt wirklich ein bisschen nach oben. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Und das ist jetzt nur in einem Monat gewesen. Der Trend zeigt wirklich nach oben. Nur 244 verfügbar. Ja, das ist wirklich, ja, ziemlich wenig. Und das ist ein Produkt, wo ich auch sagen würde, ja, da haben wir hier bald die 105 als nächsten Schritt. Wie ihr seht, dann 110. Also wirklich, das ist hier, wer da schon mal ein paar gekauft hat. Warum nicht? Und jetzt vielleicht die letzte Chance, da noch reinzugehen. Dann gehen wir zurück. Jetzt hat es mir wahrscheinlich die Ansicht hier komplett zerschossen. Nein, es sieht immer noch gleich aus. Ha, welch Wunder. Und dann haben wir hier das Set-Display. Auch das sieht wirklich schön aus. Das seht ihr hier. Ähnlicher Verlauf. Das sogar noch vielleicht einen Tick teurer. Da haben wir jetzt noch, ja, 16 Stück von einem Händler, der jetzt welche einfach los haben möchte. Ein bisschen Platz haben möchte, glaube ich. Aber sonst sehen wir hier den Trend wirklich Richtung 110 Euro bald laufen. Also wirklich, diese Commando Legends sind sehr beliebt, diese Displays. Die Zahlen neigen sich hier einfach, ja, dem, wie soll man sagen, sie neigen sich dem Ende zu. 376 Stück. Klar kann man jetzt sagen, da gibt es Leute, die horten noch 100 Stück davon im Keller und so weiter und so fort. Aber seien wir mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass Leute so viele von diesen beiseite gepackt haben? Von diesen Produkten, wo jeder nur drüber gedacht hat. Ja, und hier verfügbar 374 die Sammler-Displays von Commando Legends. Auch da tut sich etwas. Ihr seht diese hohen Swings, die hier im Verlauf sind. Ziemlich wahnsinnig. Die Deutschen auf jeden Fall deutlich günstiger. Englische gehen jetzt hoch. Die sind jetzt auf 180. Ja, also ich denke, auch das ist ein wirklich spannendes Produkt. Wir haben aber die Openings von vor etwa zwei Jahren gesehen. Ja, das ist ganz schwierig, die Drachen zu treffen, die wir da drin haben. Ja, die wir da drin haben. Länder auch. Man kann ein richtig tolles Collector-Display bekommen. Wenn man Pech hat, ist man hier einfach total im Eimer, wenn man nicht die wertvollen Hits bekommt. Ja, das ist wirklich so ein bisschen eine Lotterie. Ein ganz volatiles Produkt hier. Aber dennoch sehr beliebt. Ja. Dann geht es weiter mit Herr der Ringe. Set-Display und Draft-Display. Ja, da gab es, wie ich gesehen habe, bei Game Island noch ein paar günstige für 140. Die sind hier aber nicht für diesen Preis gelistet. Also wenn du für 140 welche holst, ist das natürlich ein super Preis. Hier sind sie schon bei 160 mit Versand. Und 626 verfügbar. Ja, ob es hier noch ein Reprint geben wird. Ich weiß nicht. Die Dinger sind jetzt auch doch schon ein Jahr alt, denke ich mal. Da wird meiner Meinung nach jetzt nichts mehr kommen. Ja, so viel wie sie jetzt hier auch rausgehauen haben. Und genau, ach, hier haben wir die Draft-Displays für 140. Ja, also die Sets ein bisschen teurer wie diese hier. Die sind wirklich dann auch für 140 gelistet. Ja, aber ihr seht schon hier, nachdem dieser Verkauf von Game Island da mal raus ist, dann sieht es hier wirklich aus, als würde es Richtung 160 Euro bald gehen. Jetzt habe ich spaßeshalber das mal bei Game Island auch eingegeben, wie viele sie davon verfügbar haben. Und da habe ich dann wirklich eine Riesenmenge gesehen. Da könntest du für 90.000 Euro, glaube ich, Draft-Displays von Lord of the Rings kaufen. Ist das wirklich so? Und erst dann wird dir angezeigt, dass nicht so viel Ware verfügbar ist. Ja, aber kauf mal wirklich für 90.000 Euro Displays. Hat Game Island wirklich so viel davon rumliegen? Was meint ihr? Dann das nächste. Commander Master Sammler Display. Ja, ich glaube, das ist das Produkt mit den vier Boostern. Ja, dann haben wir hier also 200 Euro. Das ist doch recht beliebt. Hier haben wir so einen kleinen Sprung gehabt. Ja, also auch das scheint sich hier stabilisiert zu haben. Einfach, weil es gar nicht so viele davon gibt. 187 Stück. Dann haben wir als nächstes die Commander Master Set Displays. Und diese sind bei 270. Ja, Trend hat eher nach unten gezeigt. Die Deutschen deutlich günstiger wie die Englischen. Ja, da sind wir bei 300. Ja, 404. Weiß nicht. Das sind schon stolze Preise hier. Weiß ich nicht, ob sich so etwas lohnt irgendwie als Investment. Kann schon hochgehen natürlich. Aber die Preise, wenn die schon so hoch sind. Set Booster von Wilds of Eldraine. Da sehen wir schon gleich richtig wenig Anbieter. Richtig wenig Produkte. 223 verfügbar. Also das ist hier auch, wenn es da kein Reprint gibt. Das ist ein wirklich interessantes Produkt, das wirklich sich noch gut entwickeln könnte, weil es wirklich so wenige hat. Also das ist wenig. Habt ihr so eine kleine Liste schon mal gesehen wie hier. Das ist echt fantastisch, das mal mit anzuschauen. Vielleicht sollte man sich da noch eins besorgen, solange man das günstig noch irgendwo bekommt. Schauen wir weiter. Dann finden wir Set Display der Höhlen. Also Set Display, ja, beliebt natürlich zum Aufmachen. Zum Sammeln später haben wir noch nicht so wirklich viele Daten, dass Set Displays irgendwie extrem teuer werden. Du kannst sie auch nicht irgendwie verdraften in fünf Jahren. Das ist so, finde ich, ein großer Nachteil. Meiner Meinung nach werden sich Draft Booster Boxen langfristig besser entwickeln wie Set Booster Boxen. Ja, aber das müssen wir mal noch ganz gut beobachten, die nächsten Monate und Jahre vor allem. Ja, das ist immer alles langfristig geplant. Ja, Fallout-Sammler-Display. Fallout habe ich mir neulich die Serie angeschaut. Wirklich fantastisch. Der Chart zeigt hier einfach nach oben. Der Zeitpunkt ist echt abgefahren hier. Sich das jetzt noch für diese Preise zu besorgen, deutlich zu teuer. Wenn da noch ein Reprint kommt, dann ärgert man sich extrem, wenn diese auf unter 300 sinken sollten und du kaufst sie für 450 irgendwie ein. Also das wäre nix. Sind wir mal ehrlich. Da jetzt da noch reinzugehen für fast 500 Euro. Klar kann das Ding nachher auf 1000 Euro gehen, aber was ist wahrscheinlicher, dass das auf 1000 geht oder dass es nochmal ein Reprint bekommt? Also naja. Klar kann man jetzt sagen, nein, das ist abgeschlossen. Das ist einmal, one and done. Und ja, kann man natürlich immer glauben, aber die von Wizards finden schon noch ein Warenhaus, wo da noch ein paar Paletten davon sind. Ja. Playbooster. Call of Manor. Die ersten Playbooster, die wir hatten, hier auf Deutsch noch für 80 zu haben, stabilisieren sich jetzt auch. Die englischen waren mal kurz auf 85. Jetzt sind sie mit Versand auch über 90. Also für so einen Punkt erreicht, aber 1100 Stück zeigt einfach, die werden wie Steine liegen. Da könnte es immer mal wieder, sonst vielleicht wirklich auch mal einen Dump geben. Kann ich mir vorstellen, wenn hier zum Beispiel die Großhändler irgendwie Blackfire eine riesen Position noch da auf Lager haben und sagen, nee, wir brauchen Platz, dass die Dinger wieder auch für 60 Euro oder so rausgeschmissen werden. Das kann ich mir super gut vorstellen. Bei dieser Playbooster-Box, da heißt es wirklich abwarten. Das ist so ein Produkt, wo wir wirklich einen Dump noch sehen können. Würde ich jetzt für 80, 85 oder so jetzt, glaube ich, trotzdem nicht reingehen, auch wenn es wirklich günstig ist. Außer es interessiert dich natürlich. Da kann man natürlich immer argumentieren, das zu besorgen. Outlaws, Sammler-Displays. Ja, das ist so die Ära jetzt gekommen. Das hat sich verändert. Es gibt nicht mehr so viele davon. Die Preise bleiben stabil hier auf etwa 200, 210 Euro. Das war mal anders, ja, mit anderen Sets, die wir noch so vor zwei Jahren oder drei Jahren hatten. Und dann kommen hier die Modern Horizons Playbooster und Sammler-Display. Ja, extreme Preise, aber richtig, richtig gute Produkte. So starke Karten. Es sind nicht nur die ganzen Länder, die ganzen, ähm, die Fetch-Länder, die hier so den Preis treiben. Es hat so viel anderes dabei, so viel starke Mythics, tolle Artworks und natürlich die, ähm, ja, Serialized Cards, die man in den Collectoren findet. Die treiben einfach hier die Preise. Hier ein Einsturz. Weiß nicht, ob das die News war, dass es vielleicht ein Reprint geben kann und auf einmal ist es runtergegangen. Oder vielleicht einfach hier, weil der Vorverkauf beendet ist und hier noch mehr Ware auf den Markt gekommen ist. Das 866 Stück ist hier ganz neu. Auch da kann ich mir vorstellen, dass die Preise noch runtergehen, auch wenn es hier nach oben zeigt ein bisschen. Ja, jeder möchte das jetzt haben. Aber da kann man, wenn man das als Investi so nicht aufmachen möchte, da kann man auf jeden Fall noch warten, meiner Meinung nach. Ja, entweder Reprint oder einfach, wenn das nächste Set kommt und das so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Wir haben das gesehen bei, äh, Quadmasters, ja, da war das auch der Fall. Und zwar die, ähm, wie heißen sie, Modern Masters, äh, 22, ja. Und da war das dann wirklich so, dass das diese viel, viel günstiger nach einem halben Jahr dann sogar waren oder ein Jahr später sogar noch günstiger. Ja, jetzt findest du sie auch noch teilweise sehr günstig. Assassin's Creed, ja, Rudy hat gemeint, holt euch Sammler-Displays. Er hat das richtig gepumpt. Solange es die günstig hat unter 300, ja, es ist ein Schnapper, muss man sich holen. Und das haben jetzt viele gemacht, wie ich hier sehe. Die sind jetzt auf 280 hoch, haben die bei Game Island noch für, ja, knapp über 200 oder 210 oder so noch gehabt vor einer Woche oder vor 10 Tagen. Das ist gar nicht lang her. Und ich hab mir auch überlegt, ob ich das kaufen soll, aber mich überzeugt das einfach irgendwie nicht. Die Artworks und das Ganze, ja, ist Geschmackssache. Aber wer jetzt da reingegangen ist für 210 Euro, der hat jetzt schon natürlich hier coole Preise und kann da natürlich schon ein bisschen Profit mit machen. Ja, ob es das wert ist, wird man dann sehen langfristig. Hier haben wir die Double Masters Displays, die ich gerade gemeint habe, Draft Display. Ja, die waren auch mal deutlich teurer, die sind runtergekommen. Klar, weil andere Sachen auf den Markt kommen. Hier findest du sie für 224 Euro, 220 Euro, 537 Euro verfügbar. Das zeigt einfach, man sollte hier nicht in Panik geraten und dann schnell irgendwas kaufen. Man hat oft Zeit, ja, oft. Was heißt oft? Weil es auch manchmal Sachen gibt, wie hier diese Sammler Displays, wo jeder gedacht hat, ja, der Ring ist gefunden worden. Die Dinge sind nichts mehr wert und schaut euch die Preise an, locker über 400. Ja, hätte man investieren müssen, nachdem der Ring gefunden wurde, wo die abgestürzt sind, das ist schon eine Weile her. Die Dinger verkaufen sich nur noch 232 Stück, ist also schon echt der Wahnsinn, was sich da tut. Ja, kommen wir zu den nächsten, das ist der Innistrad Sammler Display. Ja, das ist einfach, weil es so günstig ist, kaufen es die Leute. Aber, ja, wenn du da, schaut euch die Preise an, das ist echt der Wahnsinn. Also wirklich günstiger wie irgendwelche Draftbooster-Boxen oder Playbooster-Boxen. Das total will einfach niemand haben. 671 Stück sind auch viele. Da musst du einfach mega Glück haben, um da irgendwas zu bekommen und deinen Wert rauszubekommen. Die können einfach nicht mithalten. Können nicht mithalten mit den neuen Produkten. Kamigawa Neon Dynasty, sehr beliebte Edition, 297 Stück. Jetzt auch zweieinhalb Jahre alt. Und da, ja, läuft es recht seitwärts, aber da es so ein beliebtes Set ist und wir hier wirklich auch tolle Hits bekommen können, dann, ja, ist dieser Preis auch, wenn wir hier die paar wegrechnen, dann geht es sicher auch nach 120, bald nach oben, schätze ich mal. Dann kommen wir noch zu den, ja, billigen Displays, wie Rudy auch hier meinte. So Kamigawa, diese Ära mit, ja, allem Möglichen, was wir so hatten, an günstigen Draftbooster-Boxen. Da gehört die auch mit dazu. Die Englische hier wirklich schon auf 80 plus Versand, also Richtung 90 schon. Die Deutschen super günstig, ja, aber auch hier ist eine Riesenchance. Stellt euch vor, diese hier sind einfach mal bald weg. Es sind hier, ja, 30 Booster-Boxen etwa. Wenn die weg sind, dann sind wir hier schon bei 90 Euro für deutsche Displays. Ja, natürlich 535, das kann immer mal wieder ein günstiges reingeschmissen werden, aber 30 Draftbooster-Boxen, was ist das? Das kann jemand, der ein bisschen Kohle hat, kann das einfach mal auf einmal alles aufkaufen und schon steht der Preis bei 85. Werden die Leute das dann wirklich wieder dampen für 65, was meint ihr? Also ich denke, da ist wirklich noch eine Chance mit den deutschen Draftbooster-Boxen. Wenn man welche möchte und noch keine hat, jetzt noch zuzuschlagen, Preise wirklich noch top und noch ein bisschen Produkt verfügbar, fragt sich wie lange. Also Rudy könnte hier durchaus recht behalten. Jumpstart, eine coole Edition, wo ich aussage, ja, 90, die bewegt sich jetzt auf 100 hoch, die geht auch höher. Wir haben hier wirklich ein tolles Produkt, auch tolle Karten, auch in Kammen und Ankammen bei jedem meiner Sammlungsankäufe. Ja, wenn du da auch Lust hast, mal eine Sammlung zu verkaufen, kannst du dich auf meine E-Mail gerne melden. Da ziehe ich immer wieder Karten von Jumpstart raus, in Kammen und Ankammen, die nicht aussortiert werden. Da kann einiges an Wert drinstecken, das darf man nicht unterschätzen. Ja, diese Anime-Style-Artworks, da gibt es einiges. Und Roter Bund Draft Displays, die sind auch noch ein paar, gibt es auch noch wirklich günstig. Die Deutschen, ja, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, noch günstiger, aber auch nicht viel. Die haben auch schon aufgeschlossen, sind jetzt schon bei 80, hat man sicherlich bei 70. Also da geht es auch ein Stück weit aufwärts bei diesen Dingen, wo man jetzt gedacht hat, dass sich da nie was tun wird. Aber eben doch, weil die neuen Sachen so teuer sind, ja, muss man hier einfach sagen, diese Draft-Booster-Boxen, die allerletzten, noch günstig zu haben. Auch Brothers War geht jetzt, die Draft-Booster-Boxen gehen jetzt hoch. Du musst jetzt auch schon über 90 für Englische zahlen. Die Deutschen sind auch schon fast bei 90 mit Versand. 500 Stück, also die Verfügbarkeit ist noch relativ hoch. Noch hat man hier gute Chancen. Aber wartet mal ein Jahr ab. Ich glaube, das wird nicht mehr so aussehen. Ich bin da schon irgendwo auf der Seite von Rudy, wo die Play-Booster-Boxen angekündigt wurden, habe ich mir wirklich gedacht, okay, gut, dass ich jetzt eine Draft-Booster-Display-Position habe, weil das wird zwangsläufig, muss das einfach nach oben gehen. Wenn hier die neuen Play-Booster-Boxen sich stabilisieren auf 140 Euro und du findest irgendwie Draft-Booster-Boxen für 90, ah ja, was wirst du dann kaufen? Vor allem, wenn mal eine Edition kommt, die vielleicht nicht so einschlägt, aber du noch irgendwie Geld hast für Karten, du willst vielleicht Draften und denkst dir, ja nee, dieses Play-Booster möchte ich jetzt nicht, die Edition gefällt mir nicht so. Und dann holst du dir lieber so eine alte, günstige Box und sagst dann, ja, einfach ein bisschen vielleicht ansparen und dann von dem nächsten Set, das einem gefällt, dann wieder eine Play-Booster-Box. Ja, wer weiß. Also die werden verschwinden. Schauen wir einfach mal vielleicht gerade mal auch so ein bisschen in den Verlauf hinein. Ich weiß nicht, ob die nur als Investment gekauft werden oder auch geöffnet werden, aber wenn wir hier schauen, wir haben hier fast täglich Verkäufe, würde ich sagen. 16 auf 22, okay, doch nicht so ganz. Ja, aber es sind nicht täglich. Auch sagen wir mal so im Schnitt, alle zwei bis drei Tage wird mal eine verkauft. Dann sind wir auf jeden Fall bei, ja, 15 bis 20 Stück vielleicht im Monat. Musst du dir mal ausrechnen. Ja, es gibt hier 600, ja. Und wenn du jetzt ein paar Monate wartest, werden es natürlich immer weniger. Ich weiß nicht, ob die Leute das einfach nur kaufen und dann hier wieder weiterverkaufen wollen. Das glaube ich nämlich nicht, weil da fällt ja doch auch einiges an Gebühren an. Und der Versand, das ist noch eine spannende Sache. Ich glaube, die werden eher trotzdem noch aufgemacht von vielen Leuten. Die Zeit wird auch hier einfach dafür sorgen, dass das in Vergessenheit gerät. Man wird das hier als irgendein Vampir-Set in Zukunft anbetrachten. Neue Spieler, die dazukommen, sehen dann vielleicht die Figur hier und denken dann an den Witcher und Ähnliches. Und da wird es ja auch wieder eine Staffel geben. Und dann werden sie das vielleicht cool finden und sagen, boah, ich kaufe mir das. Das ist mit Vampiren mega cool. Ja, weil so viele Investoren und irgendwelche Profi-Spieler und Händler und Nerds gibt es schon natürlich auch. Doch, aber der Großteil ist doch alles casual. Und wenn die Displays sehen, die günstig noch zu haben sind, mit dem Witcher drauf, dann werden die diese Dinger kaufen. Ja, die werden sich verkaufen, die werden aufgemacht und dann werden wir nicht mehr diese Preise wie jetzt haben. So, schauen wir uns andere TCGs an. Das war erstmal soweit für Magic. Wenn wir jetzt gucken, nach dem Yu-Gi-Oh! blende ich mal aus. Für mich Yu-Gi-Oh! Ja, wenn ihr mich fragt, ist so ein Kartenspiel, das auf dem absteigenden Ast ist. Da würde ich wirklich als Investment einfach sagen, nee, Finger weg von. Das macht überhaupt keinen Sinn als Investment. Da finde ich Pokémon viel spannender. Und da haben wir natürlich, ja, für mich natürlich eher als Display, als Hilt, ja, Sammler, natürlich diese Sachen viel spannender wie andere Dinge. Und da hat es natürlich sicherlich schöne Displays noch zu haben. Und auch da ist natürlich langfristig immer was zu holen. Scarlet Violet, hier das normale, das Hauptset, das es hier zu diesem Block gab, sage ich jetzt mal. Das läuft hier einfach jetzt erstmal seitwärts. 1744. Gibt wahrscheinlich spannendere Produkte, aber auch langfristig wird dieses sicherlich auch seinen Weg gehen. Ich denke, hier kommt es einfach drauf an, ein bisschen zu diversifizieren. Damit machst du nichts falsch. Hier Paldea ist schon ein bisschen am steigen, wie man auch gesehen hat hier. Ja, es hat aber auch hier noch sehr viele Produkte, aber schon besser wie das andere. Wie Scarlet Violet. Und dann haben wir hier Obsidian Flammen. Das sind auch so Sachen, wo ich sage, ja, 1300. Die Verfügbarkeit ist noch da. Die Preise sind noch stabil. Langfristig sicherlich spannend. Und wenn man sich da eins beiseite legt, warum nicht? Vor allem so als Magic Investor kann man auch mal ein bisschen diversifizieren und sagen, ich hole mir doch hier etwas. Ja, dann gibt es hier auch diese 151-Box. Die sind vor allem auf Japanisch natürlich gern gesehen. Die sind richtig, richtig gesunken dank der Reprints. Da haben wir auch eine große Verfügbarkeit. Ihr seht hier den Chart richtig runtergegangen. Ich denke, so für die Pokémon-Sammler war das ein super interessantes Produkt. Und ich glaube, da haben sich vielleicht auch manche so ein bisschen die Finger verbrannt, weil sie dachten, ja, ich muss das jetzt schnell noch kaufen. Es wird keine bessere Chance geben. Und jetzt sieht man hier gerade bei den Japanischen wirklich, ja, echt günstig noch hier für unter 70 und dann noch den Versand dazu. Ähm, ja, hier steht aber dann noch irgendwie unshrinkt und ähnliches. Davon würde ich die Finger lassen. Shrink-Seal mit Folie. Ja, wunderbar. 39 Stück hat es hier. Sonst gefällt mir das Produkt gut. Ja, von Kartenverkäufen, die ich mal getätigt habe, habe ich mir dann Booster-Bundles geholt von diesem 151. Gab es noch für 30 Euro. Schaut mal, jetzt kosten die 44 plus Versand. Da bist du also direkt mal bei 50. Also, da geht es wirklich nach oben. Jetzt vielleicht noch wirklich noch eine Chance. Weiß nicht, ob es von diesen Dingern irgendwie Reprints geben sollte. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, bei diesen Booster-Bundles. Aber, wenn du so günstig gekauft hast für 30, jetzt gehen die schon hoch. Ja, warum nicht? Vielleicht kann man da auch sagen, ja, ich hole mir trotzdem noch welche, weil ich noch keine habe. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt sollte man eigentlich schon welche beiseite gelegt haben. Kleine Position, finde ich immer spannend. Und dieses Set einfach auch extrem unbeliebt. Bei Game Island war das, glaube ich, für 90 Euro zu haben. Hier sehen wir auch, dass diese Preise, ja, es gibt noch welche so günstig. Aber langfristig ist auch das sicherlich etwas, wo dann, ja, wieder in Vergessenheit gerät und einfach nach oben geht. Auf jeden Fall, soweit zu Pokémon. Ich finde es immer spannend, auch die älteren Boxen, wenn man hier was günstig sieht. Auf Englisch zum Beispiel. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja mal ein Chilling Rain geholt. Das habe ich immer wieder in meinen Videos erwähnt. Das auch wirklich hat sich einfach mal verdoppelt in eineinhalb Jahren. Und da musste erst mal in Magic was finden, was da rankommt. Ja, das nächste, One Piece. Ja, da gab es auch immer wieder mal Videos bei One Piece. Wenn wir da in die Displays schauen, da wird ja einiges reprintet. Die Preise sind echt nach unten gegangen. Hier das allererste ist noch stabil, 260. Das war ja noch günstig. Aber so die, ja, glaube ich, so die richtig guten Boxen. Ich weiß nicht, ob es OP5 war. Aber man sieht es auch hier einfach nach unten. Zack. Bei der Edition hier bei der War Booster Box, die wir hier haben. Was haben wir noch für welche? Dann, äh, das war OP2. Dann gucken wir mal bei OP3. Ich lasse die japanischen einfach mal weg. Ähm, dann sehen wir hier auch wirklich irgendwelche komischen Swings. 180, eins gekauft. Okay. Weiß nicht, ob es da irgendwelche Spezial-180er gibt. Aber hier 150. Die Verfügbarkeit scheint jetzt eigentlich ganz okay zu sein. Da ist auch sicher das ein bisschen heruntergekommen, so wie es aussieht. Dann, ähm, OP5 war natürlich super beliebt. Jetzt schauen wir erstmal den Vierer an. Und dann kommen wir auch zum Fünfer. Also da sehen wir 130. Auch hier, ihr seht den Chart. Das tut sich jetzt nicht mehr super viel. Die Preise, ich glaube, die es schon mal hatte, die sind jetzt einfach nicht mehr so da. Hier, ja, ich höre einfach von vielen Leuten, dass das Spiel cool ist, dass es Spaß macht. Ja, wenn man sich was holen möchte, vielleicht wirklich diese. Ich habe einfach aus Videos gesehen, dass die sehr beliebt ist. Ich habe mit dem One Piece weder mit dem Anime noch mit der Netflix-Serie irgendwas am Start oder am Hut gehabt. Das war irgendwie nicht so meins. Die Anime-Serie hat mir irgendwie nie zugesagt. Allein die Stimme zu hören von Ruffy. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht wirklich. Ich weiß nicht mal, wie er aussieht. Ja, jedem so seine Meinung. Für mich ist es einfach nichts gewesen. OP-6, jetzt sieht man hier auch, einfach total gecrasht hier. Und das Ding jetzt runter auf 90 Euro. Ja, ich weiß nicht. Also, das Spiel soll gut sein. Ich habe mich so umgehört in meinem LGS. Gehen wir weiter zu Lorkana. Da habe ich mir mehr Gedanken wieder zugemacht. Und zwar Lorkana. Wie gesagt, ich habe da auch ein Video gemacht. Und zwar wirklich, Chapter 1 ist hier der Goldesel. Schaut wirklich rein, Chapter 1, erstes Kapitel. Wenn da kein Reprint kommt, dann gehen die Dinger richtig durch die Decke. Hier sind sie ein bisschen runtergekommen, wie man hier sieht, laut diesem Chart. Aber das stimmt eigentlich so nicht. Die waren hier auf 300. Ja, ich habe das beobachtet. Bei meinem Video habe ich euch damals gezeigt, wo ich noch welche gekauft habe, ab Deutsch. War das 185 Euro. Ich habe eine Zeitkapsel installiert, ein Jahr lang. Dann schauen wir wieder genauer hin, was aus meinem Investment geworden ist. Wenn du das Video anschauen willst, wie ich in der Stadt unterwegs war und auf der Jagd nach First Chapter Booster Boxen und Produkten, dann schau dir gerne dieses Video an. Ich habe es dir oben rechts als Link. Und dann sehen wir hier also wirklich die 200 Euro. Die sind einfach schon mal fix für Set 1. Und da habe ich mir auch noch tatsächlich bei Ravensburger im Store noch ein Case, englische First Chapter holen können. Und das sprechen wir natürlich dann wieder noch von ganz anderen Dimensionen. Wenn du hier nämlich schaust, die haben das nämlich hier drin, erste Kapitel. Da sehen wir nämlich hier, sind wir bei locker mal auf Englisch 800 Euro. Ja, das ist natürlich cool, 101 Euro. Da sind wir also auch bei 200 Euro pro Display. Das ist einer, der es unbedingt schnell los haben will. Sonst sind wir hier aber bei 850. Das ist ziemlich fix. Ja, von gewerblichen dann. Gut, also das ist auf jeden Fall spannend. Alles von Set 1, auch Playmats sind wirklich spannend. Das ist noch verrückt, wenn man so überlegt. Kann man nämlich hier ja auch mal hingehen. Spielmatten. Wenn du noch in irgendeinem Laden bei dir solche Sachen findest und dann gehst du auf erste Kapitel und du findest hier noch alte Produkte vom ersten Kapitel. Eine dieser Maps hier, dieser Playmats. Dann sehen wir hier gerade rechtzeitig Spielmatte mit Maui. Gibt es gerade mal noch eine hier. Der Preis zeigt einfach nach oben, obwohl das eher eine unbeliebtere vielleicht sogar ist. Wir können auch schauen, wie es bei Mickey Maus und bei Malefiz aussieht. Mickey Maus ist einfach auch extrem verrückt, was für Preise hier aufgerufen werden. Da zahlen die Leute auch zwischen 70 und 100 Euro. Locker mal hier. Ihr seht, die günstigste ist bei 150. Ob das jemand für den Preis kaufen wird, es gibt immer Leute, die das unbedingt haben wollen und dann diesen Preis bezahlen, wenn es da nur so wenige gibt. Und zwar das Besondere, die neuen Sachen, die gehen einfach runter. Die haben das nicht geändert, auch mit Set 4. Also ab Set 2 hat es angefangen, einfach jedes Mal zu crashen. Die kommen mit 140 raus mit dem Preis von Ravensburger. Die meisten Händler verkaufen es dann schon für 125 und dann passiert das, was hier auch mit dem neuen Set passiert ist. Sie stürzen ab 95 und das Ende der Fahnenstange ist, glaube ich, nicht erreicht. Über 2100 Stück. Ihr seht, wir sind hier auch bei einem Deutschen für 95, aber es hat, glaube ich, auch sogar bei unseren großen Händlern online, da hat es auch welche um diesen Preis um die 100 Euro, die man da kaufen kann auf Englisch oder auf Deutsch. Genau, sehen wir hier. Also jetzt, dann stürzen die Dinger auf 100 Euro ab und das ist irgendwie ein bisschen seltsam und finde ich, kann nicht die Lösung sein. Ich würde mir hier wünschen, dass hier ein bisschen weniger geprintet wird, so dass es noch für alle verfügbar ist, aber so, dass es nicht einfach so in den Keller stürzt. Klar ist es dann cool, dann kannst du dir so ein Display kaufen, aber meistens, ja, hast du dann trotzdem vielleicht nicht die guten Hits. Deswegen möchte es auch keiner kaufen, ja, ich habe schon von ganz schwachen Displays gehört. Ich würde mir sowas jetzt erstmal nicht kaufen und irgendwie hinstellen. Ich glaube, das dauert lange, bis sich das erholt hat, wenn es da keinen Kurswechsel gibt. Für mich ist Dorkana vor allem Set 1 spannend, wenn du da noch günstig an welche rankommst. Von den anderen würde ich wirklich erstmal die Finger lassen. Ich glaube, das kann ganz schön lange gehen, dass sie sich erholen. Man sieht es hier bei dem zweiten Set Flutgestalten. Da bin ich auch ein bisschen drauf reingefallen, weil ich sie zu früh gekauft habe. Schaut mal hier, Englische für 85 und noch 6 Euro Versand. Für 90 kriegst du hier ein Flutgestalten-Display. Also sowas kann man mitnehmen. Das ist richtig gut, das kann man mitnehmen. Das finde ich prima, wenn du überlegst, für 91 Euro hier einfach mal ein Flutgestalten-Display mitnehmen. Warum nicht? Das kann man machen. Aber die Preise werden dauern, wenn du denkst, die steigen jetzt bald auf 150. Nein, auf keinen Fall. Es gibt immer noch viele. Ihr seht, es geht schön seitwärts. Ich glaube, hier hast du noch wirklich eine Weile Zeit. Da muss sich viel tun, dass diese Dinger aufgekauft werden. So, dann, was haben wir noch? Kommen wir noch zum letzten Spiel, das noch interessant ist, dem Sealed. Das ist Star Wars. Wir haben hier teure Einzelkarten gehabt, die nach unten gegangen sind, vor allem jetzt nochmal umso mehr, weil es einfach mehr Produkte gibt. Denn Vader, den haben wir jetzt auf 50, der war schon auf 70. Das ist so die teuerste Standardkarte, die man so haben kann, ohne besonderes Artwork, ohne Feiling. Ja, und dann, wenn wir bei den Booster-Displays reinschauen, dann sehen wir auch, woran das liegt. Das erste Set, Funke einer Rebellion, das wurde reprintet. Und es sind schon einige, ja, an unsere Händler gekommen. Auch bei meinem LGS hat er gemeint, er hat welche wieder. Wer welche kaufen möchte, kann sich welche besorgen. Die waren bei 150, sind jetzt runter auf, ja, 130, sagen wir jetzt mal. Diese ersten beiden lassen wir mal weg. Also auch wirklich ein deutliches Stück runtergekommen. Der Chart zeigt das Ganze auch nochmal. Also, wenn da nochmal mehr kommt, ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass sie nochmal davon nachdrucken. Ja, also spannend, immer das erste Set von einem TCG. Ich habe mir eins beiseite gelegt, einfach für den Fall, dass da jetzt gar nichts mehr gekommen wäre, weil die sind ja wirklich auf 150 hochgegangen. Jetzt wäre so die Zeit, wo man auch wieder sagen kann, glaube ich, dass man die einfach öffnen kann. Wenn jemand möchte und Interesse hat an dem Spiel und spielen möchte und sonst zum Aufbewahren macht das jetzt gerade wenig Sinn. Das Risiko ist recht hoch mit Star Wars. Ihr wisst, es gab schon Star Wars Spiele, die einfach in der Versenkung verschwunden sind. Es hat sich keines durchsetzen können bis jetzt von den Star Wars Spielen, dass es auch geblieben ist über längere Jahre. Das unbedingt zum Spielen. Kann ich absolut empfehlen. Cooles Spiel. Es hat so eine schöne Mischung aus Magic, aus Laulcana drin. Und ja, gebt diesem Spiel eine Chance zum Spielen, auch wenn euch die Artworks im ersten Moment nicht so zusagen. Durch das Spielen rücken die Artworks ein bisschen auch in den Hintergrund und das Spiel überzeugt euch dann ganz sicherlich. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich finde das ein super Spiel und gebt ihm wirklich eine Chance. So, wenn euch das hier gefallen hat mit meiner kleinen Analyse, dann gerne ein Abo dalassen, Daumen hoch, damit möglichst viele Leute das auch sehen und vielleicht auch Spaß dran haben. Ich bedanke mich euch und wir sehen uns bald mit einem Opening wieder. Ich habe einiges an Sammlungen am Start. Rob, der magische Investor, sagt Peace out. Bis zum nächsten Mal.